Musik Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Ja, Lush Life und ich werden heute in Moorland goldene Hufeisen suchen. Ich bin mal gespannt, ob wir alle finden können. Eins sehen wir auf jeden Fall schon, ich meine, aber auch hier vorne, wahrscheinlich habe ich das schon aus Reflex irgendwann eingesammelt, war auch eins auf der Wiese. Aber wir sehen hier hinten im Hintergrund, so, hier, da ist das nächste direkt am Championatsplatz. Dann sehen wir auch schon auf dem Championatsplatz das nächste. Ja, dann gucken wir mal, wie lange das so weitergeht und wir eins nach dem nächsten finden. So ein paar habe ich hier schon gesehen, deswegen weiß ich ungefähr, wo ich hin möchte. Ähm, dann müsste hier auf der anderen Seite von Frau Holzwerfs Haus noch eins sein. Da hinten, genau. So, dann, genau, hier unten in dem nächsten Busch. Ich habe jetzt nicht mehr mitgezählt, das ist doof. Ähm, ich gehe nämlich davon aus, dass wir 75 goldene Hufeisen insgesamt finden können. Ähm, da wir sie in Moorland, Silverglade, Fort Pinter, Firgrove und Welldale finden können, gehe ich einfach mal davon aus, dass wir sie 15 pro Ort haben. Ähm, aber, ja, jetzt habe ich nicht mitgezählt und, äh, ja, wir gucken mal. In der Regel steht dann da ja eine Info, ähm, ab wann wir alle Hufeisen gefunden haben. So, da müsste an sich hier hinten auch noch eins kommen, genau. Ah, da ist gerade noch eins aufgetaucht. So, dann hier hinten. So, vielleicht auch in der Mine, da habe ich jetzt noch gar nicht geschaut. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob da letztes Jahr eins war. Wir können ja hier noch einmal in diesen Felsen schauen. Ich bin auch nicht sicher, ob, ähm, wir auch, ähm, Nilmers Hochland noch fündig, äh, fündig werden können. Nicht fündig. So, das hier sieht eher nicht so gut aus. Na gut, aber dann bei, äh, Konrad wieder. Und zwar, ähm, ach genau, hier hinter. Dann schauen wir auf jeden Fall hier oben nochmal nach. Aber das sieht jetzt nicht so gut aus. Ach so, vielleicht sollten wir auch nochmal zur Baustelle schauen. Aber ich würde auf jeden Fall hier auf der Rasenfläche noch gucken und beim Stall. Ach so, hier gibt es auch viel Recyclingmaterial. Kann man ja trotzdem mitnehmen. Wenn es hier schon rumsteht. Aber zumindest kein Hufeisen. Na gut. Weiter oben müsste, wenn eins da sein sollte, sowieso das zu Silbergeld gehören. Wir können dann ja nochmal am Strand entlang reiten. Äh, genau, hier ist noch eins. Es sind auf jeden Fall noch welche vorhanden. So, schauen wir erst einmal schnell in den Stall. Das sieht nicht so gut aus. Aha. Hier hinten. Äh, ja, noch kommt nicht die Info, dass wir alle gefunden haben. Deswegen schauen wir jetzt nochmal hier in den Innenhof. Aber auch das ist nicht von Erfolg gekrönt. Na gut. Dann würde ich sagen, beginnen wir hier hinten am Strand. Gehen da noch einmal entlang. Und zum Leuchtturm. Der dürfte auch noch mit dazu zählen. So hat der... Ich glaube, das wäre mir aber schon aufgefallen, wenn hier auf dem Reitplatz was gewesen wäre. So, da oben hatten wir ja schon was weggesammelt. Das hier hinten hätten wir wahrscheinlich auch gesehen. Ähm, dann geht es jetzt nochmal, ich glaube, zu Herr Kott. Der ist das am Ende des Strandes hier. Aha, hier haben wir noch eins. Äh, wenn du genug davon hast, okay. Also immer noch nicht alle gefunden. Ich weiß auch gar nicht, letztes Jahr brauchten wir ja für das Set nicht alle Hufeisen. Dadurch, dass wir ja durch die Geburtstagsrennen auch noch Hufeisen sammeln konnten. Ähm, von daher ist das, glaube ich, gar nicht verkehrt. Ähm, auch wenn wir da nicht alle finden sollten, sollten wir hoffentlich das Set trotzdem zusammenbekommen. So, hier oben haben wir jetzt nichts verpasst. Okay. Ja, dann auf zum Leuchtturm. Und sonst würde mir erstmal nichts weiter einfallen, weil... Ja, außer vielleicht nehmen wir das Hochland. Ähm, bin ich mir nicht sicher, ob es dazu zählt. Hm, nee. Gut. Hier schon mal nicht. Ja, auf dem Festplatz selber glaube ich auch nicht wirklich dran. Aber jetzt sieht man wenigstens auch mal Gary. Am ersten Tag war er ja in der Menschenmenge verschwunden. Und hier steht sogar das Pferd. Man kann es sich eigentlich ansehen, aber... Ja, am ersten Tag war natürlich der Run so groß, dass man hier einfach nichts gesehen hat. So, hier auf der Wiese scheint auch nichts zu sein. Ja gut. Dann nochmal ab zum Nelmas-Hochland. Und sonst... Weiß ich nicht, wo hier noch was sein kann. Ähm... Vielleicht doch noch versteckt... Hinter den Stellen... An sich sieht man die ja sehr, sehr gut. Ähm... Durch diese... Diesen Goldglitzer drumherum. Okay. Nee, sieht nicht gut aus. Ja, dann wird wahrscheinlich unten noch irgendwo... Ein-Hufeisen- oder zwei... Ähm... Etwas besser versteckt sein. Und, äh... Naja, gut. Aber jetzt sind es insgesamt 23. Dann würde ich sagen, wenn ihr vielleicht eine Idee habt, wo die anderen Hufeisen oder das andere Hufeisen sich noch befinden kann, wäre es super, wenn ihr das in die Kommentare schreiben könntet. Und... Ja, sonst würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja, dann gucken wir einfach mal, ähm... Ob wir in... Wo gehen wir jetzt hin? In Silverglade würde sich ja eigentlich anbieten. Ob wir in Silverglade... Ja, alle Hufeisen finden. Oder mal gucken, wie viele. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017